Käthe Frank wird am 29. Januar 1920 in Trier geboren. Ihre Eltern sind Olga und Max Heilbronner. Die Familie lebt zuerst in der Simeonstraße, später in diesem schönen Haus in der Johannesstraße 10. Heute lebt Käthe Frank in einem Altersheim in Kiryat-Motzkin in der Nähe von Haifa in Israel. Bei einem Besuch in Israel entstand folgendes Interview. Meine Mutter, das war eine geborene Scheuer. Und die waren von 1700 in Trier ansässig. In der Nähe vom Simeonstift haben die gewohnt. Also mitten in der Stadt? Mitten in der Stadt war es drin. Was war denn Ihr Vater? Handelsvertreter. Also hat er selber jetzt kein Geschäft? Nein, nein, nein. Aber er ist in viele Geschäfte reingekommen, die ich dadurch kannte. Genau. Ja. Nein, das... Ich war gern in Trier. Und es war auch für die jüdische Jugend, war viel... War... Wie soll ich sagen? Jugendbünde und so. Alles möglich. Man hat Ausflüge unternommen und alles möglich. Ah ja, Sie waren also auch bei der jüdischen Jugend, haben mitgemacht. Ja. Also so richtig jugendbewegt Gruppen waren das, aus der Jugendbewegung hervorragend. Und so, ich weiß, vielleicht zwölf Jahre, vierzehn Jahre, bis 15 war ich, glaube ich, war ich drin. Nachher bin ich nach Köln gegangen, geschickt worden, Haushaltsschule lernen. Aha. Und ich weiß, dass ich alles verkehrt gemacht habe. Das erinnere ich mich noch deutlich, dass da wurde für Fleischsachen und Milchsachen, das musste getrennt werden. Und ich habe alles verkehrt gemacht. Weil bei uns zu Hause wurde das nicht gehalten. Ah ja. Und da, ich weiß, es wurde, sagen wir mal, mit blauen, mit blauen Handtüchern abgetrocknet. Mhm. Und ich habe immer, wo es blau sein muss, habe ich rot genommen. Wo es rot sein muss, habe ich blau genommen. Alles verkehrt. Also bei Ihnen zu Hause war jetzt nicht streng orthodox. Aber überhaupt nicht. Ich weiß, zu irgendwelchen Festen bin ich als Kind aus Nichtstreckenhaus eingeladen worden. Da wurden Kinder eingeladen, wo nichts gehalten wurde zu Hause. Mhm. Bei dem Rabbiner. Ah ja. Und das. Und ich habe immer Blödsinn gemacht. Hahaha. Haben Sie also, war das der Herr Altmann noch? Ja. Der Rabbiner Altmann. Ja. Den haben Sie also auch erlebt. Ja. Und wie, welche Erinnerungen haben Sie an ihn? Wie, was war er für so ein Mann? Sehr, wie soll ich sagen, sehr respekteinflößend. Aha. Aber, aber sehr nett. Ich weiß, an Ostern, so wie Pesach heißt das, musste man sich Hände waschen und eine Schüssel immer ihm hinhalten mit Wasser und ich habe jedes Mal das Wasser umgeschüttet. Ich war sehr, wie soll ich sagen, allen Blödsinn mitgebracht. Mhm. Das erinnere ich mich noch. Und wie war das in der jüdischen Jugendgruppe so, dass man einfach ganz normal seine Freizeit verbracht hat, oder was? Ja. Haben Sie denn da schon gespürt, dass so... Ich habe überhaupt noch nichts gespürt. Einmal waren wir im Wald spazieren gegangen und da ist eine Gruppe von Jugend gekommen, größere wie wir, und die wollten uns schlagen, also wollten Streit anfangen. Und ich weiß nicht, es ist nichts draus geworden. Aber sonst, sonst habe ich nichts. Auch in der Schule, in der Augusta-Victoria-Schule, erinnere ich mich, war ein Musiklehrer, der war halb Nazi oder, oder ich weiß, irgendwie angehauft. Und da musste man doch Heil Hitler sagen, als Gruß. Und da habe ich, ich weiß, ich habe guten Tag gesagt. Und er sagte, das heißt Heil Hitler, sage ich, ich kenne Heil Hitler nicht. Da hat er gesagt, du weißt nichts von Hitler, sage ich, nein, ich bin Jüdin. Ich sagte, das sagt jeder, wenn er was nicht sagen will. Mhm. Haben sie alle gesagt, auch die nicht Juden waren, haben gesagt, ich bin Jüdin oder ich bin Jude, sodass es nicht sagen brauchten. In Fleischstraße, die Scheuer, das war eine Schule, Stenografie und solche Sachen hat man da gelernt. Und da bin ich, muss ich auch hingehen. Ah ja. Und die, die hatten so ein Ärger vor, vor der Front vom Haus und wenn Prozessionen oder irgendwo was sind, bin ich immer da hingegangen, gucken, also so. Mhm. Was Erinnerungen sind. Ja. Aha. Ich, ich muss sagen, ich habe in Trier im Grund genommen, eine schöne Zeit verbracht. Mhm. Und auf dem Domstein rumwutscht. Alles, was einem so aufschlöst, wo man plötzlich dran denkt. Ich weiß, da wurde einmal, 1933 wurde ein Tier, der, äh, das Kleid von Jesus gezeigt. Mhm. Und da waren solche, äh, äh, wie, wie, wie nennt man das, weiß ich schon nicht mehr im Deutsch, das war, solche, wo die Leute auf, äh, hatten sich anstellen konnten. Und beim, beim Warten. Und ich bin morgens um fünf Uhr da hingegangen, nur damit ich das sehen kann. Ja. Aha. Ich habe immer gesagt, ich wäre eine gute Katholikin geworden. Ich war am liebsten in Kirchen. Achso. Wenn meine Mutter mich gesucht hat von der Schule, war in Trier, wo, wo die Johannisstraße ist, war eine Feldstraße. Und da war auch eine Kirche. Da hat sie mich gesucht. Ja. Hat sie immer gemacht. Bei Weibasser habe ich gerochen. Hahaha. Ich glaube, das ist mir 90 Jahre nicht in den Sinn gekommen. Und wie kam es dann, dass Sie alleine hier nach Israel, Palästina gekommen sind? Wie ich Ihnen sage, meine Mutter, die war jüdischer angehaucht wie mein Vater. Ah, ja. Und mein Vater hat gesagt, das geht für ein Jahr nach Palästina und dann kommt sie zurück. Ah, ja. Und so, so bin ich hingeschickt worden mit, mit einer Jugendgruppe. Achso. Und das erste Mal, dass ich meinen Vater abweilen sehen habe, war in München, wie er sich von, wie ich mich von ihm oder er mich verabschiedet hat. Ich war, ich habe nicht gewusst, wo ich da hinkomme, keine Ahnung gehabt. Ich war in einer Gruppe von fünf Mädels, das war eine Gruppe von, eine Mädchengruppe und da bin ich in einen Gartenbaubetrieb gekommen, um Landwirtschaft zu lernen. Und ich habe nur den Sand an den Fingern gespürt, habe ich schon aufgehört. Hat mir schon keinen Spaß. Und dann habe ich, wollte ich in der Wietzow-Schule, Wietzow hieß diese, diese Organisation, durch die ich nach Israel gekommen bin. Das wurde bezahlt in Deutschland und für ein Jahr und sollte ich in die Schule gehen. Also da habe ich mich gewehrt dagegen, ich will nicht im Sand buddeln und habe mich durchgesetzt und bin nach Tel Aviv gekommen. Das war, das war, Stadt kann man das nicht nennen, das war, da waren keine Straßenbahnen, da waren keine Autobusse, gar nichts war da. Ah ja. Auch hauptsächlich Sand. Und da bin ich dahin gekommen, in eine Wietzow-Schule, da sollte Hauswirtschaft gelernt werden, gelehrt werden. Und das waren hauptsächlich deutsche Lehrerinnen, die auch eingewandert sind. Dann habe ich gesagt, ich brauche nicht lernen, wie man Fußböden aufwischt oder sowas, das, das, brauche ich kein Abitur dazu. Und ich wollte Säuglingspflege lernen. Alles, was mit Krankheit zu tun hat, wollte ich lernen. Und da bin ich in Säuglingsheimen gekommen, habe da Säuglingspflege gelernt und mit anschließend in der Frauenabteilung im Krankenhaus gearbeitet. Und so bin ich in das, in das reingerutschte, was mit Kranksein und so weiter. Was war da noch? Säuglingspflege habe ich über zwei Jahre gelernt, glaube ich. Und besonders die kleinen Säuglinge hat mich interessiert. Und dann habe ich privat gearbeitet. Aber das war alles so, wie soll ich sagen, einer hat einen anderen empfohlen und das, nichts Organisiertes war das. Ich bekam Adressen dann von der Schule, wo ich gelernt habe. Und so hat man, von Mund zu Mund ist das, hat man die Arbeit gekriegt. Nichts Organisiertes. Und in dem Beruf haben Sie dann hier jahrelang gearbeitet? Ja. Hier wurde das, wie von den Palästinern Israel wurde, wurde das alles Organisierte. Ja. Mein Gott, das ist schon so lange her, ich weiß schon nicht mehr. Das war 1947, 1947, 1948, da wurde der Staat gegründet. Mhm. Und das, das war alles sehr, sehr, wie soll ich sagen, das war nicht sehr gut organisiert. Also die Zeit, also am Anfang hier in Israel auch sehr schwierig für Sie. Kann man wohl sagen. Ja. Es war ungewohnt, alles, es war alles ungewohnt. Mhm. Ordnung gab es nicht, nichts. Er hat nichts hier. Nicht so, wie Sie das zu Hause dann gewohnt waren. Nee. Nun gut. So ist es, wenn was neu anfängt, scheinbar. Ja. Und unter welchen Umständen. Ja, ja, das waren ja sehr schwierige Umstände. Genau. Und mein Vater wollte eben, ich soll nur ein Jahr in Israel bleiben. Und meine Mutter wollte, ich solle länger bleiben. Die hat dem Frieden nicht getraut. Ja. Und da ist sie einmal nach Luxemburg gefahren, von Trier. Das war ein Katzensprung. Und wollte Bekannten, die aus Israel nach Luxemburg gekommen sind, für mich was mitgeben. Und auf dem Rückweg mit der Bahn, in der Bahn von Luxemburg nach Trier, hat sie scheinbar einen Schlaganfall bekommen. Und ist durchgefahren bis Koblenz. Und in Koblenz hat man sie gefunden und hat sie in ein Sanatorium oder ein Krankenhaus, ich weiß nicht, was war. Und da ist sie gewesen, geblieben, wollen wir mal sagen, zur Pflege, als Kranke. Und von da ist sie 1940, glaube ich, deportiert worden nach Auschwitz. Und meine Schwester, die war acht Jahre älter als ich, die wurde von meiner Mutter nach Holland geschickt. Meine Mutter hatte eine Schwester in Amsterdam, die dort gewohnt hat und zwei Kinder hatten und auch noch eine Oma. Und die sollte die pflegen, diese Oma, das hat sie auch getan, meine Schwester, und ist mit der zusammen deportiert worden. Von einem Lager aus. Auch nach Auschwitz. Das habe ich durchs Rote Kreuz erfahren. Wann haben Sie das erfahren? Das muss gewesen sein. Am Ende, Ende 1945, so was. Ah ja. Ich habe den, ich habe den, die Nachricht noch zu Hause. Zu Hause, das ist hier zwischen all meinen Papieren. Mhm. Nur so ist es. Ja, das war sicherlich eine erschreckliche Nachricht für Sie. Ja. Und mein Vater ist nach Köln gekommen. Zu meinem Vater ist nach Trier sein Bruder gekommen, der in Saarbrücken gewohnt hatte. Und sollte bei ihm bleiben, der war nicht verheiratet, sollte bei ihm bleiben, so, dass sie sich gegenseitig unterstützen, ich weiß was. Und da ist mein Vater krank geworden, ist nach Köln gekommen, in ein Krankenhaus, jüdisches Krankenhaus, und ist operiert worden. Und das weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht an was, gar nichts, nur ist dabei gestorben. Mhm. Und die Nachricht habe ich gekriegt und dieser Onkel, der ist zu seiner, zu einer anderen Schwester, die inzwischen von Saarbrücken nach Frankreich gekommen ist und ist da sicher umgekommen, ich weiß nicht. Und diese Tante von mir, das war eine Schwester von meinem Vater, die ist mit ihrer Familie nach Frankreich, das waren vier Kinder und sind nach Frankreich und von Frankreich aus sind sie nach Amerika. Mhm. Und da haben sie sich gut, die älteste Cousine, die hat Ärztin in Heidelberg gelernt und musste, die musste irgendwas nach, eine Prüfung nachmachen, um in Amerika zugelassen zu werden. Mhm. Und dann haben sie mich einmal eingeladen, ich bin ich von hier, von Israel aus, nach, wie heißt es, nach New York, Flo, da habe ich schon viel, da habe ich schon eine ganze Menge gesehen. Und ihre Enkelkinder sind jetzt alle in Metz, ihre Tochter ist, die eine Tochter ist... Ein Enkel ist hier. Ach, einer Enkel ist hier. Von der einen Tochter. Von der einen Tochter. Ach, von der einen Tochter. Und sechs sind in Metz. Ja, das ist eine bewegte Geschichte. Aber da sieht man, wie durcheinander die, alles gekommen ist. Ja. Auß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020